Für eine junge Schildkröte ist die Tiefe des Ozeans der sicherste Platz auf der Welt. Hier kann man eine ruhige Welle schieben. Wären da nicht die Haie, die Piranhas, Hey, sehe ich etwa aus wie Sushi? die Schlangen und die Menschen. Ist das eine süße Schildkröte? Aber das hält Sammy und seine Freunde nicht davon ab, Ich will raus in die Welt. Da bin ich dabei. sich in große Abenteuer zu stürzen. Sammys Abenteuer Hey, lass das! Au! Demnächst im Kino.